Die Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft hatte zwei Töchter, deren Leben verliefen dramatisch und tragisch, und sie wurden durch die Abwesenheit ihrer berühmten Mutter geprägt. Fanny, die Jüngere, wurde 1794 in Le Havre, Frankreich geboren, wo ihre Mutter seit zwei Jahren lebte, um vor Ort über die Französische Revolution zu berichten. Mary Wollstonecraft lebte in Le Havre mit ihrem umtriebigen Geliebten, den amerikanischen Geschäftemacher Gilbert Imlay zusammen, der seiner schwangeren Freundin zusehends überdrüssig wurde und es vorzog, ausgedehnte Geschäftsreisen zu machen, auch als die Geburt nahte. Mary Wollstonecraft gab ihrer ersten Tochter den Namen Frances, beziehungsweise die Koseform Fanny, in Erinnerung an ihre früh verstorbene Jugendfreundin Frances Fanny Blood. Ein halbes Jahr nach der Geburt kehrte Mary Wollstonecraft mit Baby Fanny nach England zurück, wo Fannys Vater inzwischen wohnte. Aber die Beziehung zerbrach. Imlay verschwand aus England und ihren Leben für immer. Dass Fanny unehelich geboren war, hielt Mary Wollstonecraft aus guten Gründen geheim, denn uneheliche Mutterschaft bedeutete damals für eine bürgerliche Frau den sozialen Tod. So gab sie vor, Fannys Vater in Frankreich geheiratet zu haben. Drei Jahre später ging Mary Wollstonecraft eine Beziehung mit dem Philosophen William Godwin ein. Als sie mit 38 Jahren noch einmal schwanger wurde, heirateten sie, dem gesellschaftlichen Druck nachgebend, obwohl beide die Ehe strikt ablehnten. Dabei kam heraus, dass Mary Wollstonecraft vorher gar nicht verheiratet war. Ein Skandal. Fanny trug fortan das Stigma der unehelichen Geburt. Als die nun verheiratete Mary Wollstonecraft mit ihrer zweiten Tochter niederkam, traten bei der Geburt Komplikationen auf. Ende des 18. Jahrhunderts oft ein Todesurteil. Mary Wollstonecraft starb zehn Tage später am Kindbettfieber. Dem überlebenden Kind, ein Mädchen mit sehr grauen Augen, wurde der Name Mary gegeben. Der Witwer William Godwin ließ beide Töchter Mary Wollstonecraft zunächst von einer Haushälterin aufziehen. Vier Jahre später heiratete er die Witwe Jane Claremont, die selbst zwei Kinder, Charles und Claire, beide auch unehelich geboren, mit in die Ehe brachte. 1803 wurde der Heilbruder William geboren. Damit war die siebenköpfige Familie komplett. Godwin betrieb auf den Namen seiner zweiten Ehefrau eine Verlagsbuchhandlung und war dauernd in finanziellen Schwierigkeiten. Mit ihrer strengen Stiefmutter verstand sich Mary schlecht, mit ihrer Stiefschwester Claire hingegen sehr gut. Die Stiefmutter schickte ihre leiblichen Kinder zur Schule, die Wollstonecraft-Stieftöchter mussten sich hingegen größtenteils selbst bilden. Wobei Vater Godwin hohe Ansprüche insbesondere an seine leibliche Tochter Mary stellte, die er früh zur Schriftstellerin erzog. Mary lernte das Lesen an der Inschrift des Grabsteins ihrer Mutter, die bei ihrer Geburt gestorben war, was die junge Mary auch mit Schuldgefühlen erfüllte. Sie wird ihre Mutter, wie ihre Schwester Fanny, die ihre Mutter noch kannte, vermissen, verehren und sie sich zum Vorbild nehmen. Am Grab ihrer Mutter schreibt die fantasievolle Mary ihre ersten Geschichten und schwört sich dort mit ihrem ersten geliebten ewige Treue. Fanny, ganz ohne leibliche Eltern, wurde in der Godwin-Familie, die sie aufzog, oft schlecht behandelt. Mit drei Jahren bekam sie auch noch die Pocken, die sie zwar überlebte, aber Narben davon trug. Ihr Stiefvater Godwin hielt nicht viel von ihr. So beschrieb er sie ganz anders als manche Zeitgenossinnen, unter anderem als bescheiden, talentlos und träge, während er Mary als überlegen und kühn beschrieb, wie ihre berühmte Mutter und ihren starken Willen lobte. Fanny fühlte sich zeitlebens ausgegrenzt und verwaist. Als Fanny größer wurde, kam ihr die Aufgabe zu, die regelmäßig auftauchenden Gläubiger ihres Stiefvaters abzuwimmeln, diese zu beschwichtigen und für ihn finanzielle Bittgänge zu machen. Godwin, der berühmte und einst erfolgreiche Schriftsteller, der sogenannte Vater des Anarchismus und Verteidiger der freien Liebe, vertrat unter anderem die Ansicht, dass die Besitzenden ihren Reichtum gerecht verteilen müssten und dass er, als Genie, ein Anrecht darauf hätte, von den Wohlhabenden finanziell getragen zu werden. Im Haus der Familie verkehrten die angesehensten Gelehrten und Persönlichkeiten der Zeit, denen Mary zuhören durfte. Einer der glühendsten Anhänger von Godwins Philosophie war der adelige junge Dichter Percy Bishy Shelley. Der 21-Jährige war wegen Verbreitung radikaler und atheistischer Pamphlete von der Oxford-Universität geflogen. Aus einer Laune heraus war er mit einer minderjährigen Erbin durchgebrannt, einer Internatsfreundin seiner Schwester, die er heiratete, mit der er sich aber schnell zu Tode langweilte und weiter sein exzessives Leben führte, das seinem reichen Vater, dem Baronet Sir Timothy Shelley, viel Ärger bereitete. Die Wollstonecraft-Töchter verliebten sich in Percy, als Godwin ihn in seinem Haus empfing, nachdem er erkannt hatte, wer ihn da verehrte. Percy Shelley wollte von Godwin lernen und versprach ihm dafür ein großzügiges finanzielles Auskommen. Ein Versprechen, das er gar nicht halten konnte, denn Persys Vater reagierte auf die teuren Eskapaden seines unbändigen Sohnes oft mit Zahlungseinstellung, weshalb Percy Shelley regelmäßig selber in finanziellen Schwierigkeiten steckte. Die Stiefmutter unterband die Ernährung zwischen der verliebten Fanny und Percy, indem sie Fanny außer Haus unterbrachte, worauf sich der Dichter, dessen junge Ehefrau Harriet gerade das zweite Kind erwartete, der ahnungslosen Mary zuwandte. Als das Verhältnis der beiden herauskam, verbot Godwin, der seine radikalen Ansichten im Alter gemäßigt hatte, Percy Shelley wütend das Haus und den Umgang mit seiner 16-jährigen Tochter Mary. Godwin drohte Mary mit Verstoßung, wenn sie seine Anordnung zuwiderhandeln würde. Es nützte nichts. Das verliebte Paar brannte nach Frankreich durch. Damit nicht genug, die lebenslustige Stiefschwester Claire kam mit. Ein Skandal. Schöne Kleider nahmen sie nicht mit. Dafür trugen die beiden Liebenden im schmalen Gepäck sämtliche frauenrechtlerischen Werke der Mutter, die sie gemeinsam studieren und nach deren Prinzipien sie leben wollten. In Paris, der Stadt, in der Marys Mutter ihre persönliche Freiheit gesucht und gefunden hatte. Die verrückte Flucht ging bis in die Schweiz. Sie reisten mit der Kutsche, streckenweise sogar zu Fuß mit einem Esel. Mary Wollstonecraft Godwin erinnerte sich in ihren später veröffentlichten Reisetagebüchern an diese Zeit als eine der schönsten und aufregendsten in ihrem Leben. Mit diesem gewagten Ausbruch aus allen bürgerlichen Zwängen erfüllte sie zwar die philosophischen Theorien ihrer leiblichen Eltern, verdrängte aber, wie schon ihre Mutter zuvor, die praktische Seite und die Folgen bei der Rückkehr in die bürgerliche Gesellschaft. Nach sieben Wochen ging den Abenteuerinnen das Geld aus und sie mussten nach England zurück. Mary war schwanger. Ihr Vater hatte sie verstoßen. Auf die vereinbarten Geldleistungen von Shelley bestand er trotzdem. Es ging das böse-falsche Gerücht um, Godwin hätte seine Tochter an Shelley verkauft. Die Schwangere Mary, Percy und Claire zogen in eine schäbige Londoner Mietswohnung. Percy ermutigte Mary immer wieder zu schreiben. Da ihn inzwischen die Gläubiger jagten und ihm die Verhaftung drohte, musste er sich anderswo verstecken. Seine rechtmäßige Ehefrau Harriet Shelley wurde derweil Mutter eines Sohnes, dem rechtmäßigen Erben der Shelley-Dynastie und des Adelstitels. Mary quälten derweil Schwangerschaftsbeschwerden und die von Percy praktizierte Philosophie der freien Liebe, der auch sie versuchte, gerecht zu werden. Percy und Claire, die auch eine Schriftstellerinnenkarriere anstrebte, amüsierten sich auf Künstlerpartys. Später schrieb Claire Claremont über diese Zeit, dass die Philosophie der freien Liebe für die Frauen schrecklich gewesen sei. Im Winter 1815 erlitt Mary eine Frühgeburt. Ihre Tochter Clara lebte nur wenige Tage. Der Tod hatte wieder in ihrem Leben zugeschlagen. Mary versank in Schwermut und träumte oft, ihre Tochter würde wieder erwachen. Ihr Wunsch, die Toten ins Leben zurückzuholen, war überwältigend. Dann starb Percy Shelley's Großvater, womit sich die finanzielle Situation des Trios schlagartig verbesserte. Gemeinsam zogen sie in ein vornehmes Haus mit Dienerschaft. Trotz ihrer Herkunft wurde das unverheiratet zusammenlebende Paar von der Londoner Gesellschaft geächtet. Ein Jahr später gebar Mary Wollstonecraft Godwin ein zweites uneheliches Kind. Sie nannte es William, nach ihrem Vater, der sie verstoßen hatte. 1816, noch im selben Jahr, brachen die drei mit Baby William zu einer Reise in die Schweiz zum Genfer See auf, um den Dichter Lord Byron zu besuchen. Byron stand im Ruf, exzentrisch und von höchst zweifelhafter Moral zu sein. Mad, bad and dangerous to know. Die illustre Reisegruppe blieb den ganzen Sommer. Die englische Presse skandalisierte den freigeistigen Zirkel in der Villa Diodati, insbesondere die Freiheiten, die sich die Godwin-Töchter dort erlaubten. So wurde das Anwesen zum Ziel neugieriger Touristen, die sich der verruchten Villa gerne mit Feldstechern näherten. In der Villa kam es derweil zu erheblichen emotionalen Verwerfungen. Byron behandelte seine inzwischen schwangere geliebte Claire zunehmend mit Verachtung, was diese in die Verzweiflung trieb. Es wurde gestritten und getrunken und man war auch anderen Substanz nicht abgeneigt. In langen Gewitternächten vertrieb sich die Runde die Zeit mit Okkultem und unter anderem mit einem Dichterwettstreit, bei dem die Person, die die gruseligste Schauergeschichte schrieb, gewinnen sollte. In einer Vision will Mary Wollstonecraft Godwin die Idee von der Geschichte des skrupellosen Forschers Viktor Frankenstein erschienen sein. Ein Wissenschaftler, der, verzweifelt nach dem Tod seiner Mutter, es sich zur Lebensaufgabe macht, die Toten wieder zurückzuholen, mithilfe neuer Techniken, galvanischen Experimenten, der mit Elektrizität Menschen erschaffen will. Aber der Forscher erschafft nur eine Kreatur, die mutterlos, ungeliebt, von den Menschen gefürchtet und ausgestoßen wird. Die Kreatur verschafft sich durch heimliches Zuhören Erkenntnis, die ihm in seinem einsamen Exil die Augen öffnet, über seine Herkunft und der aus Verzweiflung über die Grausamkeit, die er als Ausgestoßener erleiden muss, schreckliche Rache verübt, zum Monster wird. Die Geschichte spielt größtenteils im Jahr 1797, also in Marys Geburtsjahr und breitet sich über neun Monate aus. Es ist gleichsam eine Prophezeiung, wie eine mutterlose, verantwortungslose Welt des technischen Fortschritts, der außer Kontrolle gerät, aussehen würde. Vier Monate später reisten die Gäste mit vielen Manuskripten zurück nach England. Nicht nach London, sondern in den Kurort Bath an der Westküste Englands, um Claires inzwischen sichtbare Schwangerschaft besser verheimlichen zu können. Während Mary ihre kurze Frankenstein-Geschichte zu einem Roman erweiterte, erreichten sie die Briefe ihrer Halbschwester Fanny, der die Frankenstein-Geschichte bekannt wurde, die es zu Hause bei ihrer Stieffamilie nicht mehr aushielt, die verzweifelt war und die flehentlich um Aufnahme bei ihrer Schwester Percy und Claire bat. Sie wurde nicht aufgenommen. Auf halben Wege nach Bath mietete Fanny im Oktober 1816 ein Zimmer in einem Gasthaus in Swansea. Dort schrieb sie noch ein paar Briefe und beging dann mit einer Überdosis Laudanum Suizid. Sie war 22 Jahre alt. In einem Abschiedsbrief schrieb sie, Ich habe vor Langen beschlossen, dass das Beste, was ich tun kann, ist, der Existenz eines Wesens ein Ende zu setzen, dessen Geburt von Unglück gezeichnet war und dessen Leben nur eine Anreihung von Schmerzen war, für jene Personen, die ihre Gesundheit aufbrachten, um für sein Wohl zu sorgen. Vielleicht wird dich die Nachricht meines Todes schmerzen, doch bald wirst du mit dem Vergessen gesegnet sein, dass ein solches Wesen jemals existierte. Freitode galten Anfang des 19. Jahrhunderts als so gottlos und verwerflich, dass solche Toten kaum auf Friedhöfen beerdigt wurden. William Godwin und Percy Shelley traten, erstaunlich geeint, ihr Möglichstes, um das Leid der Tochter und Schwägerin zu vertuschen, um einen weiteren Skandal zu vermeiden. Sie reisten eilig nach Swansea, ließen die Habseligkeiten und Abschiedsbriefe verschwinden, so dass Fanny Imlay schließlich nicht obduziert wurde und als natürlich verstorben, irgendwo anonym, vermutlich in einem armen Grab, verscharrt wurde. Ihr Tod wurde verheimlicht. Ihre andauernde Abwesenheit in London jahrelang mit verschiedenen Geschichten erklärt. Von Fanny Imlay, der ersten Tochter Mary Wollstonecrafts, gibt es kaum Erinnerungen. Percy Shelley, möglicherweise von Schuldgefühlen getrieben, schrieb ein Gedicht auf Fannys Tod. Bald darauf im Dezember erhielt er eine weitere Todesnachricht. Die seiner rechtmäßigen Ehefrau Harriet Shelley. Auch sie hatte Suizid begangen. Sie hatte sich im eisigen See des Hyde-Parks ertränkt. Harriet Shelleys Abschiedsbrief war voller Selbstanklagen und Entschuldigungen. An der Leiche erkannte man, dass sie schwanger war. Harriet Shelley wurde als Harriet Smith begraben. In ihrem Abschiedsbrief hatte sie ihren Noch-Ehemann Percy Shelley angefläht, die Kinder, zumindest die Tochter, bei ihrer Schwester großziehen zu lassen. Aber noch im selben Monat beantragte Shelley das Sorgerecht für seine beiden ehelichen Kinder und heiratete, wohl auch um seine Chancen im Sorgerechtsprozess zu erhöhen, die schon wieder schwangere Mary Godwin. Ihr nun zufriedengestellter Vater war bei der Hochzeit anwesend. Er, der die Institution der Ehe philosophisch-theoretisch ablehnte, hatte seiner Tochter mit der Heirat verziehen. Percy Shelley nützte die Heirat nichts. Das Gericht befand ihn trotzdem als ungeeignet, um Kinder zu erziehen. Er sah sie nie wieder. Im Januar 1817 gebar Claire Claremont eine Tochter, Alba, die auf Wunsch des Vaters, Lord Byron, aber in Allegra umbenannt wurde. Im September gebar Mary Wollstonecraft Godwin Shelley ihr drittes Kind, das sie wieder Clara nannte. 1818, ein Jahr später, reisten alle zusammen, Mary und Percy mit ihren beiden Kindern William und Clara und Halbschwester Claire mit Tochter Allegra wieder nach Italien. Diesmal, um nicht nach England zurückzukommen. In Italien zogen sie unstet umher, lebten an verschiedenen paradiesischen Orten, schrieben Romane und Gedichte und zogen überall illustre Freunde und Freundinnen an. Ein enges Verhältnis verband die drei mit Lady Mount Cashel, die sich in Pisa um alle kümmerte, sie inspirierte und ihnen die Türen der italienischen Gesellschaft öffnete. Lady Mount Cashel, oder Mrs. Mason, wie sie sich nannte, war einst von Marys Mutter, die in Irland als Gouvernante gearbeitet hatte, erzogen worden. Diese hatte damals ihr Leben entscheidend zum Positiven beeinflusst. Claire wollte ihrer Tochter Allegra durch die Nähe zum Vater einen entsprechenden Lebensstandard sichern. Lord Byron nahm die Tochter auf, entzog sie aber umgehend der Mutter. Die verzweifelte Claire sah ihre Tochter nie wieder. Allegra wurde bald von ihrem Vater in ein Kloster gegeben, wo sie mit nur fünf Jahren an Typhus starb. Claire Claremont hasste Byron dafür bis ans Ende ihres Lebens. Mary Shelley's Kinder starben noch früher. Clara schon 1818 in Venedig an Malaria, William ein Jahr später, 1819 in Rom. Mary fiel daraufhin wieder in Schwermut, aus der ihr erst die nächste Geburt heraushalf, ihres vierten Kindes, das von Florenz geboren wurde, Florence Shelley. Die emotionalen Abgründe und Dramen, die Mary und Percy durchlitten, gingen einher mit einer intensiven künstlerischen Schaffensphase. In dieser Zeit schrieb Mary Shelley auch den Roman Mathilda, in dem es um ein Vater-Tochter-Inzest-Drama geht. Godwin verhinderte, dass dieses Buch veröffentlicht wurde. Das geschah erst 140 Jahre später. Marys Ehe indes war von Perseys Untreue, ungeklärten Geburten nahestehender Frauen, Adoption und Erpressung durch die Dienerschaft belastet. Drei Jahre später, 1822, erlitt Mary Shelley wieder eine Fehlgeburt, die sie fast das Leben kostete. Und im selben Jahr ertrank Percy Shelley bei einem Bootsausflug. Erst elf Tage später wurde sein Leichnam aus dem Wasser geborgen. Noch am Strand wurde sein Körper verbrannt. Ein Freund zog das Herz aus der Asche und nahm es mit. Ein Jahr später, 1823 kehrte Mary Shelley gebrochen nach England zurück. Dort stellte sie zu ihrer Überraschung fest, dass sie in ihrer Abwesenheit mit ihrem Roman Frankenstein zu einer Berühmtheit geworden war. Zunächst war der Roman anonym erschienen. Als der Name der Autorin langsam durchsickerte, wurde zunächst angenommen, diese schockierende Schauergeschichte könne nur von ihrem Ehemann geschrieben worden sein. Als feststand, dass die blutjunge Mary tatsächlich die Autorin war, unterstellte man ihr, ob ihrer unschicklichen, unweiblichen Fantasien abartig, ja krank zu sein. Mary Shelley verdiente nicht viel mit der Geschichte, denn damals gab es noch kein Copyright. Die Londoner Theater spielten das Stück Frankenstein jahrelang, ohne dass Mary Shelley einen Penny dafür sah. Ihr adeliger Schwiegervater, der sich zeitlebens weigerte, Mary Wollstonecraft Godwin Shelley persönlich zu empfangen, bot der in finanziell schwierigen Verhältnissen lebenden Witwe seines Sohnes Hilfe an, unter der Bedingung, dass sie die Schriften seines Sohnes verbrannte und sich von ihrem einzig überlebenden Kind, seinem Enkel, trennte. Mary Shelley lehnte ab. Sie wurde die Nachlassverwalterin ihres zu Lebzeiten wenig geschätzten Mannes und veröffentlichte dessen Schriften, um ihm den Nachruhm, der ihm, ihrer Meinung nach, zustand, erfolgreich zu sichern. Insbesondere Percy Shelley's Kampfschriften hatten Einfluss in späteren revolutionären Bewegungen. Mary Shelley heiratete nicht wieder und ging scheinbar auch keine neue Beziehung zu einem anderen Mann ein. Sie soll erklärt haben, dass nach ihrer Ehe mit einem Genie kein geringerer mehr Ehemann werden könnte. Ihre Lebenserfahrung verarbeitete Mary Shelley in ihren Romanen und Kurzgeschichten. Ihr Werk ist deutlich pessimistischer als das ihrer berühmten Eltern. Verlassenheit und hoffnungslose Einsamkeit, wie in Der letzte Mensch, der Tod und Patriarchatskritik, sind die Themen ihrer Schriften. Blutschande ist das Thema in drei von sieben ihrer Romane. 1831 überarbeitete sie die Frankensteingeschichte, indem sie sie abmilderte. Zu Lebzeiten war Mary Shelley eine berühmt-berüchtigte Schriftstellerin. Noch öfter musste sie Enthüllungsdrohungen über ihren Mann und Erpressungsversuchen entgegentreten. Im höheren Alter machte sie mit ihrem Sohn, dem sie zeitlebenseng verbunden blieb, rund Reisen nach Italien und Deutschland und veröffentlichte wieder ihre Reiseberichte. Ihre letzten Jahre verbrachte Mary Shelley auf dem Anwesen ihres Sohnes William Florence und seiner Ehefrau Jane, mit der sie auch ein inniges Verhältnis verband. 1851 verstarb Mary Shelley mit 53 Jahren, vermutlich an einem Hirntumor. Ihr letzter Wunsch war es, zusammen mit ihren Eltern bestattet zu werden. Ihr Sohn ließ darum die Gebeine seiner Großeltern Mary Wollstonecraft und William Godwin nach Burnmouth an die Südküste Englands in ein Familiengrab überführen. 1889 starb auch Percy Florence Shelley, allen Anschein nach kinderlos. Auch er wurde im Familiengrab beigesetzt, neben ihm das verkohlte Herz seines Vaters. Später wurde auch seine Ehefrau Jane im Familiengrab bestattet. Nach ihrem Tod wurde Mary Shelley gerne als die Frau von eingeordnet und ihr Werk lediglich als Ergebnis ihrer Beziehung gewertet. Obwohl Mary Shelley zu Lebzeiten weitaus erfolgreicher als ihr Ehemann war und sie mit dem Science-Fiction und Horrorroman, der erstmals auf den aktuellen Forschungsstand Bezug nahm, literarisches Neuland ein neues Genre schuf. Ihr erfolgreichstes Werk Frankenstein wurde ein weltweiter Bestseller und Bühnenklassiker. Der Stoff im nächsten Jahrhundert, erstmals 1910, verfilmt. Bis heute mehr als 40 Mal. Und die Geschichte ist in Zeiten der Angst vor den unabsehbaren Folgen verantwortungsloser Forschung, vor Klonen, vor Robotern mit künstlicher Intelligenz so aktuell wie nie zuvor. Obwohl die Kernbotschaft ihres Romans immer wieder unkenntlicher und die verzweifelte monströse Hauptfigur zu einer Geisterbahn- und Rummelplatz- Attraktion verkommen ist. Der Großteil des Gesamtwerkes Mary Shelley wurde erst Ende des 20. Jahrhunderts veröffentlicht. Mary Shelley gilt heute als eine der maßgebenden Dichterinnen der Romantik. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.